UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Lieber Wilhelm, es ist ja nun schon eine schöne Tradition, dass ich dir an diesem besonderen Tag in deinem langen Kämpferleben die Westengrüße der Kreisler... Das lege ich du lange? Dann setz ich mich erst mal hin. Ich gratuliere dir, und noch viele Jahre. Du solltest nicht trinken, Irina. Gerade heute nicht. Sascha ist immer noch nicht da. Aber das kalte Buffet ist unterwegs. Da muss doch der Tisch stehen. Ich baue jetzt den Tisch auf. Du baust hier gar nichts auf. Du hast schon genug kaputt gemacht in diesem Haus. Wie schätzt du die politische Lage ein? Das Problem ist, dass das Problem das Problem ist. Der Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik verleiht Wilhelm Pobyleit den Stern der Völkerfreundschaft in Gold. Danke. Ihr habt genug Fläche im Karton. Gerade eben ist der Tisch zusammengebrochen. Wo ist Sascha? Unser Sohn Sascha ist abgehauen. Wer die Kinder verliert, verliert die Zukunft. Hast du jemals gedacht, dass die Kontrarevolution aus der Sowjetunion kommt? Du musst einen Tee trinken. Ich trinke einen Tee. Ich hab meine Gründe. Ja. Hur Nano sie wunderbar. Auf die möglichkeit. Auf wiedergebeifer und ne Goes mehr auf deinen Menschen. Es tutbequen. Schön. Das ist Wiurpf.